Sie hören Three Hearts Together, Folge 8, Tag der Wahrheit Von Pia Jung, Sina Müller und Tanja Neise Gelesen von Luca Lenert, Martha Kindermann und Nadine Most Millie Es ist seltsam ruhig, nicht hier auf den Straßen Oberstdorfs, auf denen die Touristen fröhlich lachend umherlaufen, sondern zwischen Jan und mir. Er ist seit Tagen schweigsam, und auf meine Fragen, ob alles in Ordnung ist, zwingt er sich immer wieder dieses seltsam traurige Lächeln auf die Lippen und haucht mir einen Kuss auf die Stirn. Ich kann sein Verhalten nicht einordnen, aber weiter nachzubohren, traue ich mich auch nicht. Also kuschle ich mich auch jetzt enger in seine Umarmung und torkle mehr, als dass ich laufe auf dem Gehsteig neben ihm her. Treffen wir Levi direkt vor dem Kino? Breche ich die drückende Stille zwischen uns und ernte ein leises Seufzen. Vor uns gerät ein älteres Ehepaar ins Stocken, und wir rennen fast in sie rein. In aller Seelenruhe schauen sie sich die Auslage des Souvenirgeschäfts an. Jan löst sich aus meiner Umarmung, schnappt sich meine Hand und zieht mich um das lebendige Hindernis. Levi hat eine Sonderschicht aufgebrummt bekommen. Ich verschlinge meine Finger mit Jans, merke aber, dass ihm die Berührung nicht passt. Oh, antworte ich und weiß nicht, ob ich mich darüber freuen soll. Noch bis vor ein paar Tagen hätte mir solche Neuigkeit ein dickes Grinsen entlockt, hieß es doch, dass ich mit Jan alleine sein konnte, dass ich seine Küsse genießen und Berührungen aufsaugen konnte. Aber heute wäre es mir durchaus recht gewesen, wenn Levi mit seiner guten Laune etwas von der Schwere genommen hätte, die wie eine dunkle Wolke über uns hängt. Wir können also auch in einen anderen Film, wenn du magst, oder was anderes machen. Nach Hause, oder... sagt er unmotiviert. Nein, unterbreche ich ihn schnell und lächle ihn hilflos an. Nein, alles okay. Ich atme tief ein. Warum fühlt sich das zwischen Jan und mir gerade so seltsam an? So, als würde sich eine dicke Mauer zwischen uns auftun. Ich würde gerne mit dir ins Kino gehen. Na dann, sagt er, und es kommt mir vor, als würde er seine Schritte beschleunigen. Dabei scheint es ihn nicht zu stören, dass ich an ihm hänge wie eine Klette. Ich seufze lautlos und lasse traurig den Kopf sinken. Verzweifelt suche ich ein Thema, das ich anschneiden kann, aber mein Kopf ist leer. Und so zücke ich das Handy, als wir in der Kinokasse anstehen und darauf warten, die reservierten Karten abzuholen. Vielleicht haben ja die Mädels geschrieben, aber ein Blick auf mein Display lässt mich enttäuscht das Gesicht verziehen. Dye scheint mit Florian auf Wolke 7 zu schweben und Val, ja, Val macht mir im Moment wirklich Sorgen, obwohl sie immer wieder beteuert, dass das Treffen der Selbsthilfegruppe das Beste war, das ihr passieren konnte. Dennoch hat sich etwas in ihr verändert und ich kann es noch nicht so genau fassen, was es ist. Geschweige denn, ob es mir gefällt oder nicht. Ich sollte dringend mal mit ihr telefonieren und raushören, ob tatsächlich alles in Ordnung ist oder ob sie jemanden zum Reden braucht. Diese ganze Sache mit ihrer Vergangenheit ist schon heftig. Cola? Popcorn? fragt Jan einsilbig und schaut mich durchdringend an. Mit wem schreibst du? will er plötzlich wissen. Augenblicklich versteift sich alles in mir, weil er nie argwöhnisch ist. Das ist eine Eigenschaft, die ich an Jan sehr liebe, weil er sich dadurch von Ole unterscheidet, der immer hinter allem etwas vermutet hat. Mit Val und Dye gebe ich dennoch bereitwillig Auskunft und lächle ihn versöhnlich an. Ich möchte ihn nicht ausschließen oder auch nur das Gefühl geben, ich würde ihm etwas verheimlichen. Ah, sagt Jan, der die beiden durch das Lawinenunglück und durch einige meiner Erzählungen bereits kennt. Dennoch scheint er nicht sonderlich zufrieden zu sein, denn er zieht einen Mundwinkel missmutig hoch. Ich versuche, mich davon nicht verunsichern zu lassen. Dye hat jetzt einen Freund, Florian. Er ist Polizist und die beiden sind gerade mächtig verknallt. Informiere ich ihn einfach etwas mehr über den Inhalt unserer Gespräche. Natürlich achte ich darauf, dass ich nichts über unsere Challenge erzähle. Dabei wollte ich ihn ja endlich einweihen. Das Kino scheint mir dafür aber nicht der richtige Ort zu sein. Ich bin mir einfach unsicher, wie er reagieren wird. Zumal er ohnehin gerade seltsam drauf ist. Schön, murmelt er. Es hört sich aber nicht so an, als wäre er wirklich bei der Sache. Und Val hat gleich zwei Typen an der Angel, plappere ich betont munter weiter. Ich könnte das gar nicht. Was könntest du nicht? Endlich scheine ich ein Thema gefunden zu haben, auf das Jan anspringt. Er legt den Kopf schief und seine Aufmerksamkeit gilt ganz mir. Doch das Kribbeln in meinem Bauch, das dieser durchdringende Blick in mir auslöst, ist keineswegs angenehm und nicht damit zu vergleichen, was ich sonst in Jans Gegenwart empfinde. Naja, auf zwei Kerle gleichzeitig stehen. Ich ziehe die Augenbrauen hoch und bringe die Stimmen in mir zum Schweigen, die Val in Schutz nehmen. Mit Luca ist sie schließlich nicht mehr zusammen. Und mit Vasili läuft noch nichts Ernsthaftes. Dennoch fällt es mir schwer, das alles nachzufühlen. Und das kann auch Jan gerne wissen. Denn für mich gibt es nur ihn. Ich lächle ihn wieder versöhnlich an und hoffe, dass er weiß, dass dies einer offenen Liebeserklärung an ihn gleicht. Doch Jans Reaktion ist schon wieder so seltsam, dass ich schlucke. Er schaut mich mit diesem kühlen Blick an, den ich nicht mag. Und seine Lippen, die sonst immer ein Lächeln auf sich tragen, sind zu einem schmalen Strich zusammengepresst. Zwei Coke und eine große Portion Popcorn, bestellt Jan schließlich. Soll ich ihn darauf ansprechen, warum er gerade so seltsam reagiert? Ich stehe hinter ihm, unfähig, einen klaren Gedanken zu fassen. Wäre er eine Frau, würde ich sagen, dass er seine Tage hat und sein Hormonhaushalt komplett durcheinander ist. Aber Jan ist eindeutig ein Mann und sonst gar nicht wankelmütig, was seine Gefühlslage angeht. Wo ist der lachende, feinfühlige Mensch, der mir immer und überall das Gefühl gibt, etwas Besonderes zu sein? Ich räuspere mich. Soll ich dir was abnehmen? Versuche ich, diese seltsame Stimmung zu durchbrechen. Hoffentlich startet der Film auch gleich, wenn wir im Saal sind. Dann muss ich nicht mit ihm reden und weiter diese Stimmung ertragen. Ja, ja, das könntest du durchaus tun, antwortet Jan ernst. Sein Blick geht mir durch und durch und lässt mich schlucken. Dieser Kloß, der sich in meinem Magen ausbreitet, ist alles andere als angenehm. Dabei habe ich doch gar kein schlechtes Gewissen Jan gegenüber. Was hat er nur? Nur mit schlechter Laune kann ich das langsam nicht mehr abtun. Wieder einmal wünsche ich mir, einfach etwas sagen zu können. Nachzufragen, warum er plötzlich so komisch ist. Aber ich kann nicht. Die Worte bleiben mir im Hals stecken und es ist, als würde mir jemand die Gurgel zudrücken. Traurig schaue ich Jan an. Den Kerl, bei dem ich mich immer so wohlgefühlt habe und bei dem ich mich jetzt nicht mehr traue, etwas zu sagen. Mein Herz rast und ich frage mich immer und immer wieder, wann das passiert ist. Gerade noch war ich auf Wolke sieben und nun befinde ich mich im freien Fall. Als würde Jan meinen nahenden Zusammenbruch spüren, zieht er einen Mundwinkel hoch und lächelt mich versöhnlich an. Hier, wäre super, wenn du das Popcorn tragen könntest. Lady Di Ich habe es geschafft, das Thema Kondome auf dem Hallenboden bisher zu umschiffen. Florian ist wirklich ein Schatz. Nie drängt er mich, aber ich merke deutlich, dass er nicht ewig Geduld haben wird. Ich werde es ihm sagen. Jetzt. Also, beginne ich mutig, breche dann aber sofort wieder ab. Völlig entspannt liegt Florian rücklings neben mir auf der überdimensionalen Picknickdecke. Seine Gesichtszüge verraten mir, dass er überhaupt nicht gemerkt hat, dass ich ihn angesprochen habe, obwohl seine Augen von der Sonnenbrille verdeckt sind. Vorsichtig verändere ich meine Position so, dass ich unter die getönten Gläser sehen kann. Seine Lider sind geschlossen. Ob er eingeschlafen ist, sieht fast danach aus. Regungslos lasse ich meinen Blick über seinen nackten Oberkörper schweifen. Seine Haut ist schön gebräunt und absolut makellos. Er ist perfekt. Wunderschön. Schämst du dich denn gar nicht, mich so anzustarren? Schöpf Chair Schöpf puedo combinations. Schöpf сов Oh Wir mal Chris Jan Schöpf Wunderschön. Vielen Dank.